Willkommen und danke, dass Sie sich entschieden haben einzuschalten. Doch Vorsicht, wenn Sie nicht aufpassen könnten, das, was mein heutiger Gast zu sagen hat, ihr Leben auf den Kopf stellen. In Sachen Selbstbild, Berufswahl, Ernährung, ja Liebesleben. Seit gut zwei Jahrzehnten schreibt Baskast Bücher, die der Frage nachgehen, welche Entscheidungen und Verhaltensmuster unser Leben prägen. Darunter zahlreiche Bestseller, ja millionenfach verkaufte Welterfolge. Und nun noch ein Roman. Herr Kast, herzlich willkommen bei der Sternstunde. Ja, vielen Dank, Herr Eidenberger. Da wir heute über Entscheidungen sprechen, gleich die Frage, was war denn in der Rückschau die schlechteste Entscheidung Ihres Lebens? Wenn ich auch sozusagen eine kleinere, unbewusstere Entscheidung nennen darf, wenn es überhaupt eine Entscheidung ist, denke ich, habe ich, wenn ich zurückblicke auf mein Leben jetzt, zu lange den Moment, den Augenblick missachtet. Also der Augenblick als Hindernis, das ist natürlich nicht eine einzelne große Entscheidung des Lebens, aber es ist etwas, was man unbewusst entscheidet oder unbewusst tut, immer wieder, dass man den Augenblick selbst als Hindernis sieht für eine Reise in die Zukunft, für einen zukünftigen Zustand, der noch nicht da ist, der aber das große Glück für mich bereithält. Das klingt ja so, als ob Sie sagen, ich habe eigentlich zu viel geplant, immer zu viel an die Zukunft gedacht und zu wenig an die Gegenwart. Ja, das, so könnte man das, so könnte man das beschreiben, ja. Wenn man an die Zukunft denkt, trifft man ja große Lebensentscheidungen. Und wenn ich Ihren Lebenslauf so durchsehe, steht zum Beispiel Studium, Psychologie und Biologie. Warum eigentlich nicht Philosophie? Nun, tatsächlich habe ich mich für Philosophie eingeschrieben. Mein Vater war Philosoph, der hat Philosophie studiert und dahin auch promoviert über Max Stirner. Und er hatte eine große Bibliothek, auch mit Philosophiebüchern. Und ich wollte das auch gerne, ich war davon immer fasziniert. Ich habe mich dann in Konstanz eingeschrieben für Philosophie und Psychologie. Und damals ging das aus technischen Gründen nicht. Man konnte entweder nur ein Diplom Psychologie Studiengang machen oder das war dann kein Diplom Philosophie, aber nicht beides. Ist doch interessant, oder? Da habe ich mich entschieden. Dass Sie sich entschieden haben, andererseits wurden Sie auch entschieden, weil es diese Kombination nicht gab und Ihr Leben lief in eine ganz andere Richtung oder zumindest eine leicht andere. Ja, wer weiß, wer weiß. Das weiß man dann im Nachhinein nicht mehr. Das wurde entschieden. Ich habe mich entschieden. Für die dann, wenn man so will, praktischere Variante oder die Variante, die vielleicht auch für einen späteren Beruf viel versprechender ist. Sie leben heute als Autor, als freier Schriftsteller für viele eine Art Traumexistenz. Ja. Wann haben Sie denn zum ersten Mal in Ihrem Leben begriffen, dass das Schreiben das ist, was Ihnen Sinn gewährt, dass es das ist, was Sie wirklich tun wollen? Sehr früh eigentlich. Also wenn 16, 17 früh ist. Also da war mir ziemlich klar, ich muss irgendetwas mit Schreiben tun. Es fing auch an mit Träumen vom Romancier, entweder Dichter oder Romancier, fand ich beides toll, weil das für mich so etwas war wie Mathematik oder so oder Philosophie eben auch. Du kannst es im Grunde überall machen. Du brauchst keinen Kernspintomografen, du brauchst keine Sekretärin, du brauchst kein Team in der Regel. Ja, also es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und du musst noch nicht einmal, wenn du irgendwie gut bist, du musst noch nicht einmal recherchieren eigentlich. Für eine ganz pure Form. Also so ganz stimmt das nicht, weder in der Philosophie noch in der Mathematik. Du brauchst natürlich eine Vorbereitung, aber irgendwann kannst du dich vielleicht acht Jahre hinsetzen und dann für Maats Satz beweisen. Das klingt ja so, als ob Sie das Ideal hätten, ich will ein autonomes Leben, das ein Leben ist, über das nur ich entscheide. Vielleicht ist das dieser zugrunde liegende Impuls. Es hat, denke ich, auch viel damit zu tun, kannst du gut alleine vor dich hinarbeiten, kannst du stundenlang mit deinem eigenen Geist verbringen oder brauchst du die ganze Zeit soziale Kontakte. Und das hat dann eben nicht geklappt und ich ging dann in den Journalismus, wo ich dann die sozialen Kontakte bekam. Und jetzt, wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich im Nachhinein sogar dankbar dafür, weil es unheimlich anregend war, dann bei der Zeitung zu arbeiten, mit auf einem Flur in Berlin, dann beim Tagesspiegel Harald Martenstein und Leute, die sehr kreativ natürlich sind. Also das Vereinzelung und das Soziale als Anregende verbunden in dieser Erfahrung des Journalismus. Aber es gibt ja noch eine andere, vielleicht zugrunde liegende Erfahrung. Man merkt, man tut etwas und es ist, als ob man auf eine Goldader der eigenen Existenz gestoßen sei. Da ist der Sinn, den man sonst nicht sieht, die Freude, die man sonst nicht empfindet. Und dann weiß man, das ist es, was ich tun will, oder? Ja, ich denke, dass vieles von unserer Persönlichkeit liegt ja im Unbewussten. Freud hat das ja beschrieben mit diesem Eisberg. An der Spitze ist die Ratio, die bewusste Ratio. Der kleinste Teil und der größte Teil ist der Teil des Eisbergs, der unter Wasser liegt. Und das ist das Unbewusste. Und viele unserer Persönlichkeitseigenschaften, unserer Neigungen, auch Wünsche liegen auch im Unbewussten. Und die können ja nicht reden, zumindest kein Deutsch. Und wir reden jetzt mit dem bewussten Verstand in vieler Hinsicht. Das Unbewusste schwingt immer mit. Aber es können durchaus Wünsche im Unbewussten liegen, die einem so nicht so klar werden. Erst wenn du in der Situation bist, wenn du anfängst zu schreiben oder wenn du einen Redaktionsraum betrittst und da sind Leute, die auch alle nur Schreiben im Sinn haben, plötzlich darfst du das machen. Im Studium war das ja immer sozusagen am Rande, dass man mal schreiben durfte oder musste. Und hier leben alle dafür. Und dann merkst du, das ist wie so ein Fisch, der immer auf dem Trocknen war. Und du springst jetzt ins Wasser und du bist in deinem Element. Und das ist so ein bisschen dieses Gefühl, dein Körper, ist wirklich körperlich auch, fängt Feuer. Dein Körper fängt Feuer und das ist das Unbewusste, das redet, das nicht stumm ist, aber eben in einer anderen Sprache redet. Wahnsinnig, man lebt auf, sagt man ja auch in dieser neuen Situation. Aber wenn Sie das jetzt so beschreiben, hat das ja eigentlich weniger mit einer Entscheidung zu tun, als vielmehr mit einer Erfahrung, die einem gewährt wird. Genau, man trifft irgendwie eine Entscheidung oder kommt durch Zufall in die Situation und merkt dann, da fange ich Feuer an. Deshalb ist es ja auch so wichtig, denke ich, gerade so in jungen Jahren vieles auszuprobieren. Denn du kannst es nicht theoretisch dir erdenken. Du kannst natürlich dich hinsetzen und dir überlegen, ich würde vielleicht doch gerne Romancier werden oder Dichter oder so. Aber das ist sozusagen, du musst das Unbewusste in die Situation bringen. Und du musst es in verschiedene Situationen bringen, um zu gucken, wo fange ich Feuer. Das heißt, vieles oft denkt man ja auch, wenn man sich selbst kennenlernen will. Da musst du in dich hineingehen und gucken. Introspektion, immer mehr in dich hineingehen. Aber in dir drin sind ja auch viele Ideale von deinen Eltern oder von der Gesellschaft. Und auf diese Ideale stößt du auch bei der Introspektion. Also dein Vater, der vielleicht wollte, dass du Anwalt wirst oder so. Das innere Auditorium, das die ganze Zeit zu einem spricht. Genau, also die vielen Stimmen der Gesellschaft, des Elternhauses, von anderen Vorbildern vielleicht, Leute, die dich beeindruckt haben, die du verinnerlicht hast. Und was da wichtig sein kann, das ist vielleicht ein bisschen paradox, ist eben nicht mehr nach innen zu gehen, also um jetzt herauszufinden, was man wirklich will, nicht nach innen weiter zu gehen, sondern sich selbst wie von außen, wie ein Biograph des eigenen Lebens zu betrachten. Und zu sehen, aha. Der Schritt in die Distanzierung, meinen Sie, von dir selbst. Ich schaue mich von außen an. Interessant. Genau. Also ein typisches Beispiel wäre jemand, der sich für schüchtern hält, weil er vielleicht schon, ich weiß nicht, vielleicht hat er mal eine Podiumsveranstaltung und hat sich da nicht wohlgefühlt vor großem Publikum und hält sich jetzt für introvertiert oder schüchtern. Also verankert sich dieses Selbstbild in uns. Und wenn du dich also selbst befragst, diese Person geht in sich, ah, ich bin schüchtern, ich bin introvertiert, dazu ist auch mal eine Tätigkeit vielleicht, die dazu passt, das ist mein Selbstbild. Aber vielleicht ist es so, wenn diese Person mit engen Freunden zusammen ist, mit einem Grüppchen von drei, vier Leuten, die sie kennt, dass sie dann aufblüht. Und die Freunde sehen das auch. Und das heißt, dass sie von außen, wird dir dann vielleicht gesagt, hey, du sagst, du bist schüchtern und introvertiert, aber wenn ich dich hier in dieser Gruppe so sehe, sehe ich das ganz anders. Und so vernebelt der Verstand oder dir das Selbstbild, kann auch das vernebeln, was eben im Unbewussten in uns drinsteckt, was automatisch zum Vorschein kommt, wenn wir handeln. Also schon mal zwei Dinge gelernt. Verschiedene Handlungskontexte aufsuchen, experimentieren und den Schritt in die Distanzierung wagen. Bin das eigentlich, ich schaue mich von außen an. Nun ist es aber so, und ich glaube, es ist eine weit geteilte Angst vieler Menschen, die sagen, ich habe das, was mich eigentlich befeuert, noch nicht gefunden. Ich habe die Speise, die mir eigentlich schmeckt, noch nicht gefunden. Nichts interessiert mich wirklich. Gibt es denn solche Menschen oder haben die noch nicht richtig gesucht? Ich denke, dass jeder so seine Talente und seine verborgenen Neigungen hat. Also ich habe mal die Geschichte geschrieben über den inzwischen sehr bekannten Filmkomponisten Hans Zimmer. Und der ist, ich weiß nicht, durch zwölf Schulen oder so, von zwölf Schulen oder so, vielleicht ist es zu viel, aber von einigen Schulen geflogen als Kind und ihm schien nichts zu interessieren. Kein einziges Fach. Also es war unmöglich in der Schule mit ihm. Die Lehrer kamen nicht mit ihm klar. Und die Mutter, die waren in einer sehr privilegierten Situation. Der Vater war irgendein Erfinder, der sehr viel Geld verdient hat. Er war dann verstorben. Und die Mutter ging dann mit ihm in ein Internat in Großbritannien, wo der Lehrer sehr offen für alles war. Und er hatte schon festgestellt, er hat dieses Hans Zimmer, der mag Musik. Das ist das Einzige, was er so ein bisschen so tut. Aber gut, das kann man ja irgendwie im Leben nicht vor sich hin klimpern. Und da sagte der Direktor, also wenn du, ich mache einen Deal mit dir, du darfst Musik machen hier mit deiner Band oder was auch immer, wie du Musik machen magst. Und wenn du das tust, wenn du hierher kommen willst, das Einzige, was ich will, wenn du Musik machen darfst, dass du dann auch mal in den anderen Fächern vorbeischnupperst. Und mit dieser Offenheit ist er auf ihn zugegangen. Hans Zimmer hat dann dort wirklich endlich mal diese Musik machen können, die er wollte. und ist dann aufgeblüht und hat auch in den restlichen Fächern mitgemacht. Hat die Energie mitnehmen können, das Interesse am Leben. Aber da war natürlich schon, diese Musik war schon da, aber es gab keine Nische in der Außenwelt, wo er das ausleben konnte. Und sobald das ging, ist er vollkommen auch aufgeblüht, auch als Mensch. Da war auch nicht mehr schwierig, zumindest von dem Direktor, mit dem ich gesprochen habe, dem Schuldirektor da in Großbritannien, zumindest wie das ihm so erschienen ist. Das ist eine interessante Geschichte, dass man von anderen befreit wird, von den Bildern, die man hat und sagt, macht erst mal das und die Restenergie, die wird sich dann schon finden. Irgendwann vielleicht noch eine viel krasser Geschichte fällt mir ein, ist die von Charles Darwin, der als Nichtsnutz galt in den Augen seines Vaters, der immer nur auf Rebrunjagd ging, der ein nicht nur mittelmäßiger Schüler, sondern unterdurchschnittlicher Schüler war im Auge vieler seiner Lehre. Der interessierte sich wirklich für nichts. Und jetzt kommt dieser Zufall mit dieser Schiffsfahrt mit der Beagle. Und plötzlich erwacht in ihm das Interesse an der Natur. Plötzlich ist er da, frei, selbst gewählt. Er wollte auf diese Beagle, er wäre fast schiefgegangen. Und fünf Jahre ist er da. Das war das Schiff, mit dem er auf eine Art von Weltreise ging. Genau, Weltreise ging, dann auch zu den Galapagos-Inseln und so. Und von da an nimmt dieser Mann, dieser Nichtsnutz- und Rebrunjäger, nimmt sich Studienabbrecher, nimmt sich vor, sich ganz systematisch zieht sich auch zurück, mehr oder weniger aufs Land mit seiner Ehefrau, hat dann zehn Kinder oder so, eine sehr gute Ehe. Und zieht sich zurück und widmet sich mit einer Konzentration der Wissenschaft und dem Ergründen der Natur, die fast beispiellos ist. Also Desinteresse, das Finden der eigenen Nische, dieser Funke, der überspringt. Und von da an wirklich auch Erfüllung dann. Also das ist schon faszinierend. Ein Drittes gelernt, dass man auch das, eine Festschreibung durch andere, du bist so und so, das kann sich im Leben extrem wandeln. Durch ein Ereignis, offenbar auch durch einen Zufall. Die Frage, ob man sich wohl im eigenen Leben fühlt, ob man die Entscheidungen, die einen zu dem gemacht hat, was man wurde, ob man die vielleicht bereut oder nicht, die hat auch die Philosophin Beate Rösler beschäftigt. Und sie sagt uns mal, wie sie darüber denkt. Also erstens darf man ja nicht vergessen, Personen wählen nicht einfach von einer Tabula rasa. Sie sind ja immer schon jemand geworden mit 17, 18, mit einem bestimmten Hintergrund, mit bestimmten Ideen und Vorstellungen, auch Erfahrungen mit sich selbst, Erfahrungen mit anderen. Und auf dem Hintergrund wählen sie. Und natürlich ist es schwierig zu sagen, sie müssen alle Möglichkeiten durchgehen und reflektieren. So funktioniert es ja nicht. Es funktioniert eher auch so häufig, dass sich die Optionen, sozusagen die passenden Optionen anbieten. Ja, dass die, nicht gerade, dass die sagen, nimm mich bitte, weil ich passe zu dir, aber doch so, dass bestimmte Optionen auch gar nicht angeschaut werden. Und ich glaube, dass die Autonome, die Selbstständige, die, ich würde auch sagen, erwachsene Person, sich darüber im Klaren ist, dass es ein schwieriger Prozess ist, dieses Wählen und dieses Sich-Entscheiden. Aber dass die Frage oder das Problem, dass man sich grundsätzlich falsch entscheidet, nicht so häufig entsteht. Zwei ganz interessante Punkte. Zum einen sagt sie, aus dieser riesigen Option, die das moderne Leben bereitstellt, gibt es eigentlich viel weniger, als man denkt, weil schon Bahnungen vorliegen. Und das andere, dass wenige Menschen wirklich daran zweifeln, ob sie sich richtig entschieden haben. Das zweite fand ich eine fast unwahrscheinliche Behauptung, weil ich habe das Gefühl, das ist ein fast epidemischer Zweifel, ob die Menschen das Leben führen, das sie leben wollen. Also ich würde es auch anders sehen. Ich denke, vieles kommt sehr wohl für uns in Betracht. Also wenn man sich jetzt mal, wenn man sich mal die Partnerwahl sich überlegte, früher gab es vielleicht eine Handvoll von Partnern, die für uns in Frage kamen. Man lebte vielleicht in einem Dorf und das war auch noch nicht immer ganz unsere Entscheidung. Die Eltern hatten ja ein kräftiges Wörtchen mitzureden, wenn sie es nicht da bestimmt haben. Also sagen wir mal, es gab dann eine Handvoll. Und wenn du heute auf eine Online-Börse gehst, dann willst du ja auch geradezu eine große Auswahl. Du erwartest ja, dass du im Grunde zwischen Dutzenden von Partnern nicht erstmal so orientieren kannst. Und da willst du dann hoffentlich den Perfekten raus, was natürlich eher schwierig ist. Und da sieht man schon jetzt, und da kommt auch der Zweifel natürlich rein, wenn du natürlich eine geringe Auswahl hast von dreien, die kannst du ja alle auf Herz und Nieren im Grunde prüfen. Da kannst du dir jeden erstmal ausführlicher angucken und dann sagen, okay, liebe Eltern, mit dem oder mit der könnte ich leben. Und wenn das jetzt aber so ist, dass du theoretisch hunderte von Partnern hast, die in Frage kommen, die so deinem Profil entsprechen, und wenn es Tausende und Abertausende von Partnern auf so einer Online-Börse gibt, dann kommen ja wirklich zumindest ein paar Dutzend in Frage, dann verschiebt sich der Druck sozusagen von außen, dass dir gesagt wird von den Eltern oder von der geringen Auswahl der Druck, dass dir gesagt wird, du hast im Grunde nicht so eine große Wahl, nimm mal den. Dieser Druck von außen, von den Umständen oder von den Eltern verschiebt sich nach innen und den kriegst du jetzt zu spüren. Denn du musst jetzt unter diesen Dutzenden von Partnern, von potenziellen Kandidaten, den Perfekten finden fürs Leben. Und wenn du das nicht schaffst, dann bist du auch schuld. Und dann stellt sich ein Gefühl ein, das ein altes Wort so schön bezeichnet, Reue. Aus dieser Option nicht das Richtige gewählt zu haben, das erzeugt dann Reue. Ja, naja, also wenn du in einen Laden gehst und du wirst Geld abheben in der Bank und da ist eine Schlange und die ist ein bisschen länger, ist doof. Aber es entsteht kein Selbstvorwurf. Es gibt nur diese Schlange. Aber wenn es zwei gibt und du stellst dich natürlich an die Falsche, erst jetzt geht dieses Spielchen los. Mit dem Zweifel stehe ich in der richtigen Schlange. Und wenn du nach Murphys Gesetz die Falsche gewählt hast, gehen die Selbstvorwürfe los. Also es gibt eine Spannung zwischen einerseits zu wenig, um wirklich eine Auswahl zu haben, andererseits zu viel, um jemals sicher sein zu können, richtig gewählt zu haben. Diese Reue, dieses Stille, manchmal auch uneingestandene Nagen an dem, was man eigentlich geworden ist, das betrifft auch den Held ihres neuesten Buches, ihres ersten Romans. Das heißt das Buch eines Sommers, Werde der du bist. Und es gibt in diesem Buch, das die Geschichte eines Menschen erzählt, der sein Leben wandelt, aufgrund einer Erfahrung, ein kleines Theorem darüber, wie man eigentlich Distanz zum eigenen Leben gewinnt. Und ich lese das mal kurz vor. Eine wichtige Person in diesem Buch sagt, wenn wir unsere Endlichkeit fühlen, wenn wir sie richtig spüren, dann erkennen wir das Leben, wie es ist, bekommen wir einen Sinn für das Wesentliche. Und wenn wir diesen Sinn haben, dann doch auch einen Sinn für die Verfehlungen, die wir bisher offengelassen haben. Ja, natürlich. Am Ende deines Lebens ziehst du ja auch Bilanz. Und du fragst dich, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was habe ich verpasst, was habe ich mich nie getraut zu tun, was hätte ich gern getan. Und hier wird das angesprochen. Aber es ist einerseits natürlich, dass man sagt, am Ende des Lebens hat man dieses Endlichkeitsbewusstsein stärker. Ihr Held hat es in der Mitte des Lebens. 45, 47, Ihr Alter. Hatten Sie denn selber schon mal das Gefühl, da ist die Endlichkeit, ich habe sie bisher aus meinem Leben vertrennt, aber jetzt packt sie mich an der Gurgel? Nein, nein, klar, das ist schon erst in meinem Alter. Und das ist natürlich schon sehr autobiografisch geprägt. Der ganze Roman ist natürlich autobiografisch geprägt. Irgendwoher muss das ja auch kommen. Und ich hatte einfach selbst, ich denke, damit fing es, ich denke, zwei Sachen. Erstens einmal so mit Anfang 40, dass ich Herzbeschwerden bekam, insbesondere so bei Stress und beim Jobben besonders. Bis ich dann, ich dachte, es ist harmlos, so eine Art von Herzstolpern, jedes Mal beim Losjoggen. Bis ich irgendwann losgejoggt bin und dann wirklich mit einem massiven Stich in der Brust stehen geblieben bin. Oder besser gesagt, ich wurde stehen geblieben. Also da ist dann auch keine Wahl mehr. Passivität total. Es ist wie von oben, ich beschreibe das in dem Buch auch, wie eine stehlende Hand, die mein Herz umfasst und so ruckartig zusammendrückt. Sehr unangenehm. Nicht unbedingt, weil es so schmerzhaft ist, sondern aus genau diesem Grund, dass es wirklich bedrohlich ist in einem existenziellen Sinne. Und ich denke, das hat ja dann auch dazu geführt, dass ich meine Ernährung dann umgestellt habe. Ich denke, das ist das eine, wo ich so dieses einschneidende Erlebnis, wo ich... Also diese Ernährungsumstellung hat zu einem weiteren Buch geführt, über das wir noch sprechen. Aber jetzt erst einmal über das Todesgefühl als Aufruf zum Wesentlichen. Genau, also ich denke, das war sicherlich eine Komponente, weil das ging auch über Monate mit diesen Herzbeschwerden. Das war das eine, was so mir bewusst gemacht hat, das geht nicht immer so vielleicht. Wenn man jung ist, denkt man, das geht ja immer so weiter. Irgendwie der Tod ist intuitiv gar nicht präsent. Ist ja auch in unserer Gesellschaft nicht wirklich präsent. In der scharischen Gesellschaft war es vielleicht anders. Aber der erste Tod, den wir erleben, ist ja oft ein eigener Verwandter. Ich denke, das war das eine. Und das andere war die Geburt meiner Kinder. Also ich wurde ja dann auch mit Anfang 40 zum ersten Mal Vater. Inzwischen habe ich drei Kinder. Und das ist einfach dann dieser Wechsel der Generation, dass du merkst, okay, jetzt wirst du abgelöst. Jetzt geht es nicht mehr in erster Linie um dich, sondern hier ist diese nachwachsende Generation. Und das hat dann letztlich auch überhaupt, denke ich, mehr noch zu dem Roman geführt. Diese Frage sozusagen, wie geht gute Erziehung? Und wenn man sich diese Frage stellt, wie geht gute Erziehung, ist man ja auch sehr schnell bei der Frage, wie geht überhaupt gelingendes Leben? Worauf kommt es an in einem guten Leben, in dem Leben meines Sohnes? Und wie kann ich ihm dabei behilflich sein, das zu erreichen, worauf immer es dann ankommt? Es ist interessant, einerseits sagen Sie, Sie haben eine Erfahrung gemacht der unmittelbaren Todesnähe, der Todesgemahnung. Und andererseits, das muss ich sagen, das ging mir bei der Geburt meiner Kinder auch so, durch die Geburt wird man seiner Eigenendlichkeit in neuer Weise bewusst. Total, ja. Und man sieht auch, ich denke, was auch noch hinzukommt, was vielleicht interessant ist, man hat ja immer dieses Selbstbild von sich als junger Mensch. Man sieht sich immer noch jung, also ich bin ja jetzt 40, aber ich fühle mich immer noch wie 30. Oder ich sehe auch im Spiegel, sehe ich immer noch diesen 30-Jährigen. Ich habe auch immer noch die Träume. Ich bin eben auch immer noch teilweise... Das innere Alter, das einfach nicht mitwachsen wird. Das wächst nicht mit, aber wenn jetzt der Sohn, die Kinder älter werden, merkst du ja, wie sie dich sehen. Du siehst dich ja durch die Augen dieses jungen, heranwachsenden Menschen. Und der sieht dich sehr wohl als alt. Ja, jetzt auch nicht als uralt oder so, aber der sieht natürlich dich als alte Person. Und das ist nochmal, das wird einem nochmal, das wird jetzt erst in den letzten Jahren, mein Ältester ist jetzt sieben, die anderen beiden sind noch viel jünger, wird das, wird das, auch das nochmal klarer. In diesem Versuch, Bestreben, vielleicht sogar Zwang, das Wesentliche zu gewahren, wir kommen vielleicht noch was dazu, was das Wesentliche eigentlich wäre, gibt es jetzt einen zweiten zentralen Satz in diesem Buch aus meiner Sicht. Nämlich, der lautet, das Bewusstsein des Todes als perfektes Heilmittel für die ewige Aufschieberitis. Das ist ja fast eine kleine Kulturtheorie. Wir verdrängen den Tod als Kultur aus unserem Leben und lenken uns die ganze Zeit mit Dingen ab, die uns, so würde ich sie lesen, von uns selbst ablenken sollen. Social Media, Twitter, diese ganzen Dinge. Die Endlichkeit wird geleugnet und die Frage nach dem Werde der du selbst mit. Ja, also ich denke... Werde der du bist. Ja, ja, genau. Werde der du bist. Und ich denke, man kann nur dann wirklich Zeit verschwenden, wie viele von uns und ich ganz sicher auch Zeit verschwenden. In diesem Maße kann man das nur, wenn man den Tod verdrängt. Also wenn man denkt, dass man ewig lebt, kann man Zeit verschwenden, indem man die ganze Zeit rumgoogelt oder auf dem Handy rumklickt oder irgendwie auf Facebook oder belanglose E-Mails beantwortet. Oder sich nicht nur Zeit, es geht auch um die Verschwendung von Gefühlen. Wenn ich mich ärgere, wenn ich mich ärgere über Steuerformulare, die ich eh ausfüllen muss. Oder wenn ich mich zanke mit meiner Ehefrau, mit der ich eh das ganze Leben zusammenbleiben wollte. Also was soll es da noch jetzt, sich zu zanken um Kleinigkeiten. All diese Sachen, glaube ich, kann man nur dann mit dieser Leidenschaft und dieser Bewusstlosigkeit tun, wenn man den Tod ausblendet. Wenn man ausblendet, wenn man das Gefühl hat, das intuitive Gefühl, das geht immer so weiter. Also kann ich auch eine Menge verschwenden. Wenn ich wüsste, dass ich nächste Woche sterben muss, dass es zu Ende ist, dann würde ich was anderes tun. Sicher. Es bleibt aber trotzdem ein Rätsel, wenn ich jetzt so mit Ihnen spreche. Sie sagen, diese Aufschieberitis, diese Person, die das sagt, dieser Roman, ist auch eine Art Autobiografie oder hat autobiografische Elemente. Man hat jetzt nicht das Gefühl, dass Sie mit 45 die Aufschieberitis hatten. Sie haben mehrere Bücher geschrieben. Sie waren erfolgreicher Journalist. Was war denn dann für Sie die Erkenntnis oder anders gefragt, was war denn dann das Wesentliche, das Sie meinen, ergreifen zu müssen? Weil man hat ja nicht das Gefühl, dass Sie davor Ihr Leben verpasst haben. Nein, nein, aber ich denke zwei Sachen. Das eine ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses Gefühl, dass man ständig für einen zukünftigen Moment lebt. Dass man unfähig ist, den Augenblick als solchen zu würdigen. Und dass man immer in diesem Gefühl lebt, dieser Moment, das jetzt hier ist wenig wert oder nichts wert, ich muss ihn überwinden, um zu einem zukünftigen Moment zu kommen, wo ich dann das Leben genießen kann. Das war insbesondere das, was bei mir, denke ich, was mir aufgefallen ist in meinem Leben. Und das stört mich, denn wenn dieser zukünftige Moment mal kommt, dann bin ich ja schon wieder im nächsten zukünftigen Moment. Das ist dieses große Glück da am Ende des Regenbogens, diese Schatzkiste, die gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Und das ist das eine. Und das zweite war, denke ich, was ich auch schon kurz angesprochen habe, diese Sehnsucht doch, dieses puren Textes eines Romans, nämlich wie die Mathematik oder wie die Philosophie, eines Textes, der aus mir selbst herauskommt. Der also nicht nur Studien zusammenfasst von anderen, der also wissenschaftsjournalistisch ist, was ich bisher immer getan habe, sondern der was Eigenes ist, der aus mir selbst herauskommt, der auch sehr eine Botschaft für meine Kinder ist und so weiter. Also wirklich was sehr Privates eigentlich. Weil das spürt man ja auch in diesem Buch, diesen fast Appellcharakter, ändere auch du dein Leben, weil, wenn ich sie jetzt richtig verstehe, ist dieses Buch das Ergebnis eines Gemahnwerdung des Todes und des Bewusstseins, ich schreibe jetzt das Buch, das ich immer schreiben wollte. Ja, also ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht so rüberkommt mit Mahnung. Ich meine im Sinne eines Appells, denk mal darüber nach. Absolut, nee. Es ist natürlich dazu gedacht, dass hoffentlich, wenn man diesen Text liest, man selber anfängt, über sein eigenes Leben nachzudenken, dass man sich fragt, bin ich zu der Person geworden, die ich im Kern meines Wesens bin? Gibt es Dinge in meinem Leben, die ich verpasst habe, Träume, die ich gerne ausprobiert hätte zumindest, wo ich mich nicht rangewagt habe? Also es heißt ja auch, dass am Ende des Lebens man nicht unbedingt das bereut, was man versucht hat und womit man gescheitert ist, sondern eher das, was man erst gar nicht versucht hat. Und es ist ein bisschen doof, wenn man mit 80 oder 90 erst, wenn diese Reue dann kommt und man nichts mehr tun kann. Und also deshalb das Angebot dann auch dieses Buches, erst mal für mich selber, aber natürlich dann insbesondere für den Leser, stell dir doch jetzt mal diese Frage, lebe ich das Leben so, wie ich es leben möchte? Das ist ja auch ein Untertitel hier, Werde, der du bist, ein Satz von Nietzsche. Ja, von Nietzsche popularisiert. Von Nietzsche, von Kinder eigentlich geschaffen. Und dann gibt es noch einen zweiten Nietzscheanischen Gedanken, der hier auch eine Rolle spielt, nämlich die ewige Wiederkehr. Ob man wollen kann, dass man das Leben, das man gelebt hat, nochmal wollen könnte, als eine Art Test. Und Sie haben das ja so angesprochen. Jetzt sind wir ja natürlich in einer Situation, die letzten Monate, in denen dieses Gurgelerlebnis, das Sie beschrieben haben, in denen der Tod auf einen Zugriff hat, auf einmal viele Menschen teilen. Die Angst vor dem Tod ist auf eine seltsame Weise in das Zentrum unserer Existenz zurückgekehrt. Würden Sie denn vermuten oder zumindest hoffen, dass das ein positiver Effekt dieser neuen Lage ist, dass mehr Menschen intensiver darüber nachdenken, ob sie bisher das Leben gelebt haben? Ja, es stimmt natürlich. Ich schicke sozusagen meine Hauptfigur in eine etwas angenehmere Lockdown-Situation. Da gibt es viel Wärme und die Grillenzirpen. Eine Villa weit entfernt von allem Alltag. Ja, genau. Die könnte in der Toskana, könnte in der Provence sein. Es wird viel Rosé getrunken, viel Wein. Und das ist also eine angenehme Sommeratmosphäre. Und im Grunde aber eine Lockdown-Atmosphäre. Geschlossen mit seiner Frau, mit dem Kind. Erstmal gibt es kein WLAN und so weiter. Ja, also ich denke schon, dass diese Corona-Situation, das war natürlich jetzt echter Tod. Nicht nur Fantasie eingebildet und in Bewusstsein erweckt, sondern wir haben jetzt mit echtem Leid es zu tun. Aber wenn man inmitten dieses Leids, wenn man versucht, dem auch etwas Positives abzugewinnen, dann ist es in erster Hinsicht auch, was die Konfrontation mit dem Tod betrifft, eine Chance, das Leben zu überdenken. Aber ich denke auch, noch in weiterführender Hinsicht, Corona, der Lockdown insbesondere, hat uns ja auch gezeigt, dass das Leben auch anders verlaufen kann. Man denkt ja immer, okay, also nur als Beispiel, vor Corona hätte man gesagt, für jedes Treffen mit dem Verlag, wir müssen jetzt ein neues Buch besprechen, Ja, Herr Kass, da müssen Sie schon nach München kommen zum Verlag, das können wir jetzt hier nicht am Telefon machen. Nur mal als Beispiel. Undenkbar sozusagen, dann zu sagen, wir telefonieren einfach mal nur in vielen Situationen. Plötzlich war das ganz normal, dass man sich über Zoom traf. Plötzlich war das auf einmal möglich. All das, was wir lange nicht, was Unmöglichkeit, wie zum Beispiel weniger CO2-Ausstoß. Plötzlich war es gezwungenermaßen, das gebe ich zu, aber war es möglich. Eine andere Welt wurde wirklich möglich innerhalb von weniger Wochen. Wenn es wirklich sein muss. Und natürlich war es inmitten von extrem viel Leid. Aber ist Veränderung auch möglich? Und ich finde, das hat uns neben diesem Todesbewusstsein gezeigt, ja, ich kann auch anders leben. Ich denke, viele Leute, auch gerade Erwachsene, denken, okay, ich habe jetzt eine Ehe. Ich habe Kinder. Ich habe diesen Beruf. Ich muss das Geld verdienen. Gefangenschaft im Alltag. Du bist gefangen in diesem Leben und du kommst da nicht raus. Und ich glaube, dass wir oft eben nicht so gefangen sind, wie wir oft denken. Ich glaube, wenn du mit deinem Ehepartner sprechen würdest und sagen würdest, hey, schau mal her, ich fühle mich unglücklich oder ich bin sehr unzufrieden in letzter Zeit mit dem, dem und dem. Glaubst du, es bestünde eine Chance, dass wir das und das vielleicht ändern? Ginge es vielleicht, dass ich auf 80 Prozent gehe oder dass ich einen Tag zu Hause bleibe, so wie das in Corona möglich war? Dass ich in dieser Zeit zum Beispiel mein Projekt, was auch immer ich im Kopf habe, verfolge. Die Dinge können sich ändern, auch im alltäglichen Leben. Aber wir sind so in diesem Alltagstrottern drin und denken, wir kommen da nicht raus. Also man sieht eine Art Dialektik des Lockdowns. Man muss natürlich mal vorsichtig sein, die große Tragik, die Schmerzen, auch die wirkliche Gefangenschaft, die viele Familien gerade erleben, nicht schönzureden. Andererseits, und das nehme ich mal auf einer abstrakteren Ebene mit, es gibt zwei Formen, neu über sich nachzudenken. Sie sagen einerseits Kontext wechseln, indem man ganz neue Erfahrungen aufsucht, offensiv. Und andererseits der Rückzug, das Insulare einer Situation, dass man zwei Wochen sich aus allem rausnimmt, um diese Distanz zu gewinnen. Das scheint widersprüchlich, aber es ist eigentlich dieselbe Bewegung. Aus dem Trott raus und was Neues zu suchen. Und manchmal ist ein Erzwungenes aus dem Kontext gerissen werden, kann auch produktiv sein. Ja, ich denke, das ist so wichtig, weil wenn wir beschäftigt sind, ist unsere Aufmerksamkeit, also wenn wir in dem Alltagstrott sind, wir haben unsere Arbeit und unsere Alltagssachen, die wir erledigen müssen, mit den Kindern, mit der Ehefrau und mit dem alles, was dazu gehört, dann ist unsere Aufmerksamkeit ständig da draußen mit irgendetwas beschäftigt. Und du merkst es ja, die meisten kreativen Ideen entstehen ja bekanntlich unter der Dusche. Unter der Dusche. Tatsächlich? Ist das empirisch so? Naja, so viele Ideen zumindest. Man sagt ja Bad, Bus, Bahn, glaube ich. Es gibt in der Kreativitätsforschung so drei Bs. Die drei großen Bs. Die drei großen Bs. Also nehmen wir mal die Dusche, die ist besonders angenehm, man hat das weiße Rauschen. Der Vorteil ist, du kannst dein iPhone nicht mit reinnehmen. Da ist endlich mal nicht nur Ruhe, sondern durch dieses monotone Rauschen zieht das Gehirn im Grunde die Aufmerksamkeit von einem Problem da draußen ab. Da ist ja nichts. Da ist alles gleichbleibend und kehrt nach innen. Sehr ähnlich ist ein Spaziergang in der Natur. Also wenn du in der Natur spazieren gehst, in einem Wald oder so, das ist ja alles sehr gleichbleibend, vor allem wenn man sich zu Fuß bewegt. Oder eigentlich nur, wenn man sich zu Fuß bewegt. Nicht mit dem Wagen, da ändert sich auch alles so schnell. Das ist wieder aufregend und die Aufmerksamkeit geht nach draußen. Spazieren gehen. Ja, spazieren gehen. Spazieren gehen, ja. Genau. Und die Aufmerksamkeit kann von außen nach innen kehren. Da draußen ist keine Bedrohung, das ist alles gleichbleibend, das ist nicht interessant. Und kann jetzt nach innen kehren. Und nicht umsonst haben ja auch viele Philosophen, Wissenschaftler, Musiker, Schriftsteller wirklich extra diese Spaziergänge in ihren Arbeitsalltag eingebaut. Also der berühmteste Fall, es gibt sehr viele. Rousseau zum Beispiel, diese Spaziergänge. Die ganze Literatur, Thoreau, das Spazierengehen als Selbstfindung. Ja gut, wo da gehört, ist natürlich Programm, die Natur. Aber zum Beispiel auch jemand wie Charles Dickens, der wirklich von 9 bis Punkt 2, Punkt 2 saß da am Schreibtisch. Und dann hat er einen drei Stunden lang, je nachdem wo er war in der Stadt oder auf dem Land, hat er einen drei Stunden langen Spaziergang gemacht. Aber nicht sozusagen verstanden als pure Entspannung, sondern verstanden als Teil der Arbeit, wo er sozusagen in einem anderen Gehirnmodus, mehr nach innen gewandt, mehr dieser reflektierende, nach innen gewandt Modus, eben noch an seinem Roman gearbeitet hat. Und das können wir alle auch sozusagen, dieses Zurückziehen aus diesem Alltagsstress und der Beschäftigung mit Problemen da draußen, einmal nach innen kehren zu geben. Was sagt denn meine innere Stimme, die man gar nicht vor lauter Lärm da draußen gar nicht mehr hört, erst wenn man unter die Dusche steigt. Diese Passion, mit der Sie das beschreiben, Sie haben ja auch ein Buch über Kreativität geschrieben, Click, die ist geradezu mitreißend. Und es ist interessant, Sie sagen, einmal gilt es sozial, raus aus dem Kontext, in einen neuen Zurückzug, um zur Selbstbesinnung. Es gilt im Prinzip auch für die Neurologie unseres Gehirns raus und auch wieder rein in die Ruhe. Also es ist die gleiche Bewegung eigentlich. Ja, und das liegt auch daran, das Gehirn kann sich ja nicht zugleich mit der Realität da draußen beschäftigen und mit dir selber. Wenn das passiert, hast du sowas wie Schizophrenie. Dann hast du also Fantasiebilder, sagen wir mal Traumbilder, und du hast die Realität und es vermischt. Das ist der Grund dafür, weshalb unsere Fantasie, die optische Fantasie, nachts, wenn wir uns von der Außenwelt weitgehend zurückziehen, weitestgehend, so maximal aufblühen kann im Traum. Du kannst nicht zugleich Träumen und Realität wahrnehmen. Wenn du das tust, hast du ein Problem. Also der Schlaf als der heilsamste Rückzug, den das Gehirn kennen kann. Und der Traum spielt ja auch in dem Roman so eine wichtige Rolle. Ja, der löst alles letztlich. Dann kommen wir noch mal zu dem letzten Satz zurück, weil es geht ja um Entscheidung und Selbstwertung. Es gibt dann einen Lösungssatz in diesem Buch, der lautet, erkenne, wer du vom Kern deines Wesens her bist und dann werde es. Alles wird sich daraus ergeben wie eine Geschichte, die sich mehr oder weniger von selbst erzählt. Wenn man da mit philosophischem Auge drauf schaut, kann man sagen, da ist der Aristoteles und da ist der Nietzsche. Der Aristoteles sagt, wir haben alle wie ein Samen, wie eine Pflanze, eine Wachstumsbestimmung. Und wenn man uns nur wachsen lässt, dann werden wir wachsen. Es gibt also dieses Wesen, das sich nur entwickeln muss. Und Nietzsche sagt, du musst dich selbst ergreifen, um der zu werden, der du bist. Du musst dich erzählen, das ist eine kreative Anstrengung. Das macht die Pflanze nicht von selbst, sondern du musst dich selbst schöpfen. Und mir scheint, Sie haben das sozusagen zu einer neuen karstischen Selbstwertungsideologie oder zu Tampline-Theorien verwendet. Einerseits gibt es da etwas und andererseits musst du es auch selbst erzählen. Ja, ich habe natürlich nicht an die beiden Protagonisten Aristoteles und Nietzsche gedacht. Und Nietzsche natürlich, weil er dieses Diktum werde, der du bist, geprägt hast. Was mir dabei an Gedanken auch rumgegangen ist, ist die moderne Genforschung. Da gibt es auch etwas Erstaunliches, das sehr eng damit zusammenhängt. Nämlich, dass die Gene, die Macht der Gene im Laufe unseres Lebens, wie man festgestellt hat, nicht abnimmt, sondern zunimmt. Und man könnte ja denken, oder sehr naheliegend eigentlich, dass die Macht der Umwelt, der Erziehung, der Gesellschaft, je länger wir leben, umso mehr prägt das unser Leben. Das heißt, eigentlich sollte man denken, dass die Macht der Erziehung, der Gesellschaft, der Umwelt, immer mehr zunimmt, je älter wir werden. Und damit die Macht der Gene ab. Aber es ist umgekehrt. Es ist genau umgekehrt in freien Gesellschaften. Warum? Nun, wir haben eben diese genetischen Programme in uns, die da jetzt, ich sage das jetzt mal ganz platt, die da sagen, du musst etwas mit Schreiben tun oder mit Fantasie arbeiten oder mit alleine arbeiten. Das ist in uns angelegt. So wie der Baum, der Apfelbaum will halt Äpfel produzieren. Der Apfelbaum will die Äpfel produzieren, das flüstert der Baum, flüstert ihm zu, jetzt mach deine Äpfel. Aber wenn da kein Wasser ist, kann er das nicht tun. Also wenn die Eltern keine Bücher im Haus haben, kannst du das erstmal nicht tun. Im Vergleich zu deinem Zwilling mit der gleichen Veranlagung. Wird man nicht gewässert. Du wirst nicht gewässert mit Büchern. Und der Zwillung vielleicht schon. Also die Macht der Erziehung ist am Anfang des Lebens sehr groß. Aber in einer freien Gesellschaft kannst du jetzt mehr und mehr, je älter du wirst, dir deine Umwelt selber suchen. Und zwar jene Umwelt, die zu diesem genetischen Programm, zu diesen genetischen Dispositionen passt. Also, du suchst dir jetzt einen Freund aus, in der Schule vielleicht, der Bücher hat. Du kannst in die Bibliothek gehen. Du wirst noch älter und kannst vielleicht ein Studium der Literatur oder Philosophie ergreifen. Und du wirst immer mehr, wer du von deinen Genen her bist. Und deswegen sind die offenen, optionsreichen Gesellschaften besser für die Entwicklung, weil sie es einem ermöglichen, das Wasser zu finden, wenn es nicht da ist. Nicht nur die offenen Gesellschaften. Ich denke, es fängt auch schon bei den offenen Erziehungen an. Es gibt ja so Erziehungsmodelle wie, das krasseste Beispiel ist das von Amy Chua, dieser chinesischen... Tiger-Mama. Genau, die Tiger-Mama. Die zwei sehr glücklich aussehende, das kann man nicht anders sagen, glücklich aussehende Mädchen ihre Töchter in Klavier-Virtuosinnen verwandelt hat. Das stand aber von Anfang an fest. Also sie wusste von Anfang an, wer diese Kinder, was diese Kinder werden sollten. Und ich denke, es ist der umgekehrte Weg sozusagen, dass du guckst, was ist in diesem Kind angelegt und wie kann ich als Vater jetzt dabei behilflich sein, das, was in ihm angelegt ist, zur Verwirklichung zu bringen. Das scheint mir der viel wichtiger Ansatz zu sein, der auch viel mehr Glück verspricht und auch viel interessanter ist. Faszinierend. Sie sagen einerseits, es gibt eine Art genetischen Faktor, es gibt den Wahlfaktor der Umwelten. Nun ist es so, es gibt ja vielleicht noch eine dritte Form der Selbstfindung, die heute plausibler und von vielen auch als attraktiver empfunden wird, nämlich die algorithmische Selbstfindung. Jemand anders berechnet, wer wir eigentlich sind und sein wollen. Und dazu schauen wir mal als einen Papst dieses algorithmischen Selbstfindensan, Juel Harari, der im Gespräch mit Barbara Bleich einiges zu sagen hatte. Bereits durchgesetzt hat sich, wie die Leute sich orientieren, um von A nach B zu gelangen. Wer früher von hier zum Hauptbahnhof fahren wollte, vertraute seinem Instinkt und seinen Gefühlen. Heute vertrauen mehr und mehr Leute auf Google Maps. Sie kommen an eine Kreuzung und wollen instinktiv rechts abbiegen. Doch Google warnt sie. Dort geraten sie in einen Stau, biegen sie links ab. Immer mehr Leute vertrauen aufgrund ihrer Erfahrung Google Maps mehr als ihren eigenen Gefühlen, weil der Algorithmus besser ist. Ich gehe davon aus, dass diese Tendenz zunimmt, nicht nur bei der Wahl von Büchern, sondern bei viel wichtigeren Dingen, wie der Wahl von Freunden oder Liebespartnern. In nicht allzu ferner Zukunft, wenn genügend Daten und Computerleistung zur Verfügung stehen, werden die Menschen Google Maps, Amazon oder Facebook vertrauen, um sogar ihre Freunde oder Ehepartner auszuwählen. Die schöne neue Welt, die Umwelt des Algorithmus sagt uns, was wir wählen sollen. Ja, die Entwicklung geht ein bisschen dahin. Früher schon, als ich ein Buch über die Liebe geschrieben habe, haben Kollegen von mir gesagt, ja, was heutzutage, ich weiß nicht, was du da alles schreibst, das geht ja jetzt mit diesen Online-Börsen mit Matching-Punkten. Und wenn du 80, 90 Matching-Punkte hast, hast du ja echt den perfekten Partner. Das war ernsthaft, das war nicht ironisch von einem Kollegen von mir, der das meinte, dass das ein guter Weg ist, so einen Partner zu finden. Was da ganz außer Acht gelassen wird, ist natürlich die Tatsache, dass du, jeder kennt das vielleicht auch vom eigenen Leib, dass du online einen perfekten Partner finden kannst, wo alles richtig ist. Alle Daten sind richtig. Ihr habt euch vielleicht auch schon wochenlang ausgetauscht. Es fühlt sich alles perfekt an. Und dann ist da nichts in der Bewegung. Und dann trifft man sich im Café und will, eigentlich will man da gar nicht mehr hin, oder? Du weißt sofort, du siehst die Person, weißt sofort, das war's. Das war's. Und wie willst du das in einem Algorithmus erfassen? Sie haben ja dieses Buch auch geschrieben über Entscheidungen. Und ein zentraler Satz sagte, und das ist für mich fast zu einer Lebensregel geworden, die kleinen Entscheidungen mit dem Verstand, die großen mit dem Bauch. Ja. Das halten Sie für eine Lebensregel, die wirklich empfehlenswert ist? Also die Regel, die es von Freud, von Sigmund Freud sagte, er hat es immer für vorteilhaft befunden, in kleinen Dingen mit dem bewussten Verstand zu entscheiden. Und bei den größeren, den wirklich wichtigen Fragen, also die Wahl des Ehepartners oder des Berufs, auf das Unbewusste zu setzen. Das muss von irgendwo aus... Das wäre der Bauch jetzt, die Intuition des Unbewussten. Ja, genau. Und da, ich denke, er hat recht, aus verschiedenen Gründen, ja. Jetzt muss ich Sie als Autor eines Buches, millionenfach verkauft, eines wahren Weltbestsellers, der Ernährungskompass natürlich gleich fragen, mit vollem Bauch oder mit leerem Bauch? Ja, also da sieht man auch, dass die Intuition ihre Grenzen hat. Denn die Intuition funktioniert natürlich dann gut, wenn wir uns in Umwelten begeben und befinden, die ungefähr der Umwelt entsprechen, in der sich unser Gehirn und unser Unbewusstes auch entwickelt hat. Und sicher fühlt und orientierungsstark fühlt. Ja, aber auch bei der Ernährung jetzt schlichtweg so. Natürlich ist unser Gehirn in der afrikanischen Savanne maßgeblich geprägt worden. Wo das maßgebliche Kennzeichen in der Savanne ist nicht Überfluss. Nein, im Gegenteil, es ist zu wenig Mangel. Da gibt es kein Zucker, kein Salz, es gibt keinen Supermarkt um die Ecke. Und sozusagen die Gier, mit der wir essen, die Lust auch, mit der wir essen, wie wir auch gerne Fleisch essen oder süßes oder salziges essen, das alles funktioniert in so einer Umwelt, aber das funktioniert natürlich nicht mehr, wenn an jeder Ecke ein Supermarkt ist mit Waren, die fabriziert wurden, hergestellt wurden, um gezielt von der Industrie, um gezielt das auszunutzen. Fantastisch. Gerade die Bauchentscheidungen für das Essen sollte man nicht mit dem Bauch treffen. Exakt. Das werde ich mir merken, wenn mein Bauch trifft gerne Entscheidungen. Und das Fantastische an diesem Buch ist ja, dass Sie es eigentlich wie Immanuel Kant angehen. Sie fragen in Sachen Ernährung, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen. Und Sie haben alle sehr viele umfassende Studien zu Ernährungsoptimierung studiert und Sie destillieren eine Art Essenz daraus. Und Sie sagen, es ist eigentlich nicht so furchtbar kompliziert. Es gibt zwei, drei Regeln. Wollen Sie vielleicht noch mal kurz sagen, ich setze große Hoffnungen in dieses Buch für mich persönlich, muss ich sagen, weil ich entscheide das Essen mit dem Bauch und ich entscheide es allzu oft falsch. Ab sofort dann mit dem Verstand? Ab sofort auf jeden Fall mit den drei Faustregeln, die es ja dann offenbar doch gibt. Okay, drei Faustregeln, also relativ kurz. Ich denke, die erste Regel ist, die kann man sich auch gut merken, die kommt von einem amerikanischen Journalisten, der viel über Ernährung geschrieben hat. Er sagte, essen Sie nichts, was Ihre Großmutter oder Urgroßmutter nicht auch als Essen erkannt hätte. Okay, das ist Regel Nummer eins. Damit fällt das ganze Junkfood der Industrie schon mal weg. Die Großmutter kannte alles Gemüse, kannte Linsen, Nüsse, Fisch, Fleisch, sie kannte Obst, aber eben nicht irgendwie Sachen, die in fünf Verpackungen verpackt sind und wo die Zutatenliste mehr als fünf beträgt. Und man braucht auch ein Chemielexikon, um das entziffern zu können. Hatte die Urgroßmutter alles. Okay, also der Riecher der Großmutter. Echtes Essen, kann man auch sagen. Echtes Essen, so wie es in der Natur auch vorhanden war. Es ist das. Im Grunde ist das schon 80, 90 Prozent, würde ich sagen. Wenn Sie unbedingt noch eine zweite Regel wollen, Sie wollen ja drei, eher Gemüse und wenig Fleisch. Also Gemüse als Hauptspeise und das Fleisch als Beilage. Und nicht umgekehrt, wie wir es tun. Und die dritte Regel, würde ich sagen, wenn Milchprodukte, dann eher die fermentierten Milchprodukte, wie Joghurt, Käfer, Käse. Käse halten ja viele für ungesund. Ist gesünder als jetzt das pure Milchprodukt, das nicht fermentiert ist. Weil bei einem Fermentierungsprozess werden vermutlich so Stoffe, die der Körper zumindest so als erwachsener Körper nicht brauchen kann, so Wachstumshormone werden abgebaut und das ist günstig. Also weniger Milch, eher die fermentierten Milchprodukte. Das wären meine drei Regeln. Und Umwelten schaffen, in denen diese Produkte zu handen sind. Dass man also weiss, dass es immer grifffrei ist. Also ich habe noch viel einfacher vielleicht, selber kochen. Das wäre vielleicht in Ergänzung vielleicht zur Regel Nummer eins. Wenn man anfängt, selber zu kochen, ist das Junkfood der Industrie auch schon, fällt ja auch schon flach. Jetzt gibt es nur noch sehr, sehr wenig, was wirklich nicht so gesund ist. Und das sind die, also ich sage jetzt mal ganz vereinfachte Regeln, selber kochen minus verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst, Salami, Schinken. Solche verarbeiteten, ja die sind sehr lecker. Hör ich ja gar nicht gerne, ja. Nee, ich auch. Ich meine, ich liebe Weißwürste. Es ist nicht so, dass sie, ich meine, und ich habe sie noch nöcher gegessen. Also, ja. Krass, es gibt ja, ich höre Sie, das klingt wunderbar. Es gibt die Erkenntnis, es gibt die Entscheidung und dann kommt der schwierige Part, die Umsetzung. Ja. Ich bin seit 15 Jahren nicht praktizierender Vegetarier. Ich will das nicht, ich weiß, es ist nicht gut, ich schaffe es nicht. Anderes, anders beschrieben, die Willensschwäche, die kommt doch nirgendwo stärker in unser Leben als bei alltäglichen Essensentscheidungen. Warum eigentlich? Ja, ich denke, das hängt mit dem beschriebenen evolutionären Erbe zusammen, dass wir natürlich in der Savanne, wo es nicht täglich Fleisch gab, und wenn es das gab, ist ja wahrscheinlich auch eher schnell verdorben, dass man da wirklich eine Gier nachentwickelt hat. Also, wenn es das gab, dann hat man das alles runtergeschlungen. Man sagt ja auch, es gab eben so Feste und es gab Fasten. Das war wahrscheinlich der Urzustand. Und bei uns gibt es im Grunde nur noch das Fest. Weil das Fasten war ja zwangsläufig. Das hat ja keiner geübt, das hat keiner eingeübt. Und daher kommt das so ein bisschen. Ich denke, was da helfen kann, ist, dass man die Entscheidung nicht überlässt, sozusagen, wenn man seine Umwelt eben im Kleinen schon ändert, und Ihre Umwelt ist ja Ihr Zuhause, wahrscheinlich in hohem Maße, und wenn Sie aus Ihrer Umwelt dort alles Junkfood schon mal entfernen, das gibt es einfach nicht. Das kaufen Sie ab jetzt nicht mehr ein, sondern Sie kaufen nur noch echtes Essen ein. Und Sie müssen das eben selber kochen oder Ihre Frau, der Partnerin hilft auch ein bisschen mit und kocht auch. Sie wechseln sich ab und machen sich da vielleicht auch einen Spaß draus. Dann, denke ich, ist das ein erster Schritt. Der letzte Teil Ihres Buches hängt ja auch, wie übrigens Ihr Roman, mit der Frage der Lebensverlängerung zusammen, wie man möglichst gesund lang lebt. Der Herr, den wir gerade gesehen haben, Joel Harari, denke ich, ist ja nicht umsonst auch einer, der die Unsterblichkeitsfantasien in uns befeuert. Das heißt, es gibt den Wunsch offenbar, Techniken zu entwickeln, das Leben möglichst lange herauszuzögern. Teilen Sie diesen Wunsch? Ich persönlich nicht, was ich aber auch nicht teile. Also ich möchte, ich muss nicht unbedingt 100 werden. Was ich aber auch nicht teile, ist so eine latente oder auch wirklich häufig zuhörende Äußerung oder Haltung, die da lautet, ach, das ist doch alles Blödsinn. Ich will gar nicht so alt werden. Das ist gar nicht wünschenswert. Ich denke, viele von uns... So ein falscher Heroismus der Endlichkeit. Ja, aber es ist so fast so ein bisschen, als wäre das Hybris oder so. Wir tun das natürlich mit modernen Medizin immer schon oder seit langem schon und wir nehmen die auch alle gern in Anspruch für uns. Ich denke, das Einzige, was viele Leute sich nicht wünschen, ist auf gebrechliche Art und Weise alt werden. Also es geht nicht so sehr darum, wie alt wir werden, sondern wie wir alt werden. Und viele stellen sich natürlich nicht zu Unrecht da ein eher desolates Szenario vor. Du kannst immer weniger, du wirst vergesslich, bekommst Alzheimer und hängst an Maschinen oder du bist abhängig von fünf Medikamenten und so weiter. Und deshalb, das war für mich auch wirklich das wichtigste Anliegen bei diesem Buch, bei der Ernährung. Nicht unbedingt, wie alt ich werde, sondern ich möchte sozusagen die Kontrolle über meine Gesundheit, sofern ich die habe, diese Chance möchte ich auch nutzen. Denn ich werde lieber auf eine einigermaßen fitte Art und Weise alt, nicht abhängig von fünf Medikamenten, die wieder Nebenwirkungen erzeugen, wofür ich dann wiederum Medikamente brauche oder hole mir frühzeitig Altersleiden ein, die ich hätte vermeiden können. Und davon gibt es einige, die sehr stark mit der Ernährung zusammenhängen, insbesondere Diabetes und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und diese Herzleiden habe ich ja im eigenen Leib gespürt. Und das war für mich und ist ein großes Anliegen, einfach auf möglichst fitte Weise, ganz hat man das natürlich nicht unter Kontrolle, aber das, was ich dazu beitragen kann, das möchte ich dann gerne dazu beitragen. Man kann ja schon sagen, dass dieser neue große Traum unserer Kultur eine Art von neu gewonnener Unsterblichkeit ist. Im Silicon Valley wird das als der große Traum gemacht. Wenn man ihr Buch liest und wenn man ihre Bücher liest, kann man das Gefühl haben, das ist ein falscher Traum, weil das ein ewiger Ablenkungstraum ist. Wenn wir denn wirklich unsterblich wären, könnte es diese Momente in unserem Leben, in denen wir uns selbst ergreifen, ja gar nicht mehr geben. Wir wären in der permanenten Aufschieberitis. Ja, stimmt. Man könnte sich natürlich auch fragen, woher kommt diese enorme Angst vor dem Tod, die auch im Silicon Valley so präsent ist mit Firmen wie Calico von Google, die nach einem Anti-Aging-Mittel suchen. Und natürlich ist diese Angst vor dem Tod einerseits pur biologisch, purer Instinkt. Dem wären wir auch nie ganz los. Also ich weiß nicht, wie weit Sinika gekommen ist. Er soll sehr weit gekommen sein. Oder Sokrates. Ich glaube, ich werde diese Angst nie los. Aber man kann sich schon fragen, was verschärft diese Angst? Was trägt noch dazu bei? Und ich denke, wenn man natürlich sein Leben verplempert, wenn man viel Zeit verschwendet, wenn man nie den Augenblick genießt und wenn man das Gefühl hat mit 80 oder 90, wenn es dem Ende hinzugeht, wenn man dann das Gefühl hat, ja ich habe eigentlich nicht das Leben gelebt, das ich leben wollte. Ich habe vieles von dem, was ich eigentlich tun wollte, verpasst. Viele Träume nicht gelebt. Dann dieser Zustand, dieses Gefühl des verpassten Lebens verschärft natürlich die Todesangst gewaltig. Denn dann sagst du dir mit 80, 90, bitte gib mir noch 10 Jahre, damit ich endlich das tun kann, was ich eigentlich tun wollte. Sie sprechen als jemand zu mir, von dem ich das Gefühl habe, der den Trick schon raus hat, wie man das tun sollte, was man tun wollte. In jedem Fall danke ich Ihnen für diese Winke und Hinweise in ein dann doch vielleicht gelingenderes Leben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Herr Kast. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Und nächste Woche spreche ich mit einem der interessantesten, innovativsten Denker unserer Zeit, dem deutschen Philosophen Markus Gabriel, über Wahrheit, Krisen und den moralischen Fortschritt in dunklen Zeiten. Jetzt gleich folgt hier das Abstimmungsstudio. Bleiben Sie also dran und denken und entscheiden Sie weiter.